Bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihren Beruf. Mein Name ist Lee Strobel, ich bin Professor für christliche Philosophie an der Houston Baptist University und Autor vieler Bücher, zum Beispiel Der Fall Jesus. Können Sie mir helfen, die Existenz von Jesus zu beweisen? Absolut. Und ohne jeden geringsten Zweifel. Wie? Eigentlich hat es das Gericht schon getan, in dem wir eingeladen und das Datum festgelegt wurden. Unser Kalender ist nämlich aufgeteilt im Vorher und Nachher. Basierend auf der Geburt Jesu, was sein Kunststück wäre, hätte er nie existiert. Darüber hinaus hat der Historiker Jerry Habermas aus 39 historischen Quellen für seine Existenz mehr als 100 Tatsachen über sein Leben, seine Lehren, seine Kreuzigung und seine Wiederauferstehung aufgelistet. Tatsächlich sind die Beweise für seine Hinrichtung so stark, dass einer der berühmtesten Wissenschaftler für das Neue Testament, der deutsche Gerd Lüdemann, sagte, Jesu Tod als Folge durch die Kreuzigung ist unbestreitbar. Nun, nur wenige Fakten aus der Frühgeschichte sind für so einen kritischen Historiker wie Gerd Lüdemann unbestreitbar. Eine davon ist die Hinrichtung von Jesus Christus. Verzeihen Sie, aber Sie sind gläubig, oder nicht? Ein ebetreuer Christ. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber sind Sie deswegen nicht vielleicht eher gewillt, an seine mögliche Existenz zu glauben? Nein, denn wir müssen nicht daran glauben. Wir können die Grundfakten über Jesus auch außerhalb der Bibel rekonstruieren. Und Gerd Lüdemann ist Atheist. Mit anderen Worten, wir können die Existenz von Jesus mit Quellen, die rein gar nichts mit dem Christentum zu tun haben, nachweisen. Wie der agnostische Historiker Bart Ehrmann sagt, Jesus hat existiert, ob es uns gefällt oder nicht. Ich drücke es mal so aus. Die Existenz von Jesus zu verleugnen, wird ihn nicht verschwinden lassen. Es bewiese nur, dass keinerlei Beweise imstande wären, sie umzustimmen. Danke. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Bitte, Namen und Berufserfahrung. Mein Name ist James Warner Wallace. Ich bin pensionierter Kriminalbeamter aus Los Angeles. Und Sie sind der Autor des Buches Ungeklärter Fall Christentum? Ja, der bin ich. Könnten Sie dem Gericht die Handlung kurz darlegen? Ein Kriminalbeamter untersucht die Aussagen des Evangeliums. Ist es richtig, wenn ich sage, dass Sie als Kriminalbeamter in Ihrem Beruf ebenfalls niedergelegte Mordfälle untersuchen? Ja, das ist und war mein Fachgebiet. Werden diese Fälle nicht meistens durch DNA-Spuren gelöst? Einspruch, Beeinflussung. Und er tut das schon wieder, Euer Ehren. Anders gefragt. Wie viele von Ihren ungelösten Fällen wurden mit Hilfe von DNA-Spuren gelöst? Nicht, nicht einer. Das wird im Fernsehen gerne behauptet, aber unsere Abteilung konnte nie wirklich einen solchen Fall mit Hilfe DNA klären. Ähm, wie werden diese Fälle dann aufgeklärt? Häufig durch die Beurteilung von Aussagen der Augenzeugen, die viele Jahre zuvor gemacht wurden und die häufig jetzt schon verstorben sind. Verzeihen Sie meine Unwissenheit, Mr. Wallace, aber wie ist das möglich? Wir haben verschiedene Techniken, wie wir die Glaubwürdigkeit der Augenzeugen testen, wie bei der forensischen Aussagenanalyse. Damit prüfen wir die Behauptung von Augenzeugen. Ob sie absichtlich Dinge herunterspielen, betonen oder gar nicht erst erwähnen. Ob sie sich Zeit lassen oder hektisch sind. Und wenn wir all das geprüft haben, können wir üblicherweise sagen, wer lügt, wer die Wahrheit sagt und sogar wer der Schuldige ist. Und haben Sie diese Techniken jemals außerhalb Ihrer amtlichen Funktionen angewendet? Ja, ich habe mein Wissen bei Jesu Tod durch die Römer angewandt und habe die Evangelien tatsächlich genauso betrachtet, wie ich es bei jeder anderen forensischen Analyse tun würde. Dabei stellte ich schnell fest, dass alle vier Evangelien aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind, die vom Leben, der Geistlichkeit, dem Tod und der Wiederauferstehung von Jesus handeln. Und haben Sie auch bedacht, dass die Evangelien Teil einer Verschwörung sein könnten? Gemacht, um das Vertrauen in den Glauben zu fördern? Ja, man muss Verschwörungen berücksichtigen, wenn man Zeugenaussagen begutachtet. Aber ein erfolgreiches Komplott bedarf wenigster Mitwisser. Für zwei Leute ist es leichter zu lügen und es zu vertuschen, als es für 20 ist. Und hier liegt der Knackpunkt zwischen Verschwörungstheorien und den Aposteln im ersten Jahrhundert. Es gab einfach zu viele, die diese Verschwörungstheorie für sehr lange Zeit gestützt haben. Und viel mehr noch. Sie erlebten so viel Druck, unglaublichen Druck. Jeder von ihnen wurde aufs Grausamste gefoltert und starb für das, was er gesehen hat. Und keiner von ihnen hat jemals seine Aussage widerrufen. Also ist die Idee, dass dies eine Verschwörungstheorie aus dem ersten Jahrhundert sei, ziemlich unangemessen. Was ich hingegen sehe, sind unbeabsichtigte Augenzeugen-Support-Statements. Was sind unbeabsichtigte Augenzeugen-Support-Statements? Wenn ich mal Ihre Bibel haben dürfte? Lassen Sie mich dafür aus dem, äh, Evangelium von Matthäus lesen. Ich beginne mit der Passage, wo Jesus vor Kajafas steht. Hier steht, Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Ohrfeigen und höhnten, Weiß sage uns, Christus, wer hat dich geschlagen? Das sieht nach einer ziemlich einfachen Frage aus, weil diese Männer ja genau vor ihm standen. Das macht also keinen Sinn. Wieso wäre es eine Prophezeiung, wenn er dies beantwortete? Aber sie bekommen ihre Antwort im Lukas-Evangelium. Er sagt, Die zwei Wächter begannen, Jesus zu verspotten und zu schlagen. Sie verbanden ihm die Augen und forderten, Weiß sage uns, wer hat dich geschlagen? Jetzt wissen wir es, denn Lukas sagt uns, was Matthäus ausgelassen hat, nämlich, dass Jesus nicht sehen konnte. Das ist ziemlich üblich, diese Art unbeabsichtigter Augenzeugen-Support, die eine Lücke schließt, die der erste Zeuge ausgelassen hat. Nach all den Jahren eingehender Betrachtung der Evangelien mit meinen Methoden, um herauszufinden, ob ein Augenzeuge glaubwürdig ist, betrachte ich, diese vier Evangelien als die glaubhaften Schilderungen der Worte Jesu. Und das schließt die Aussagen, die Miss Wesley in ihrer Klasse zitiert hat, mit ein. Absolut. Danke sehr, Detective. Ihr Zeuge. Detective Wallace, ich werde keinen Bibelwissensvergleich mit Ihnen starten. Aber stimmt es nicht, dass diese Aussagen in den Evangelien breit variieren, in dem, was Sie sagen, dass es in Ihnen zahlreiche Gegensätze gibt? Absolut. Aber das ist genau das, was wir auch erwarten sollten. Das, äh, das verstehe ich nicht wirklich. Nun ja, verlässliche Zeugenaussagen unterscheiden sich immer ein wenig. Das hängt von unterschiedlichen Perspektiven ab, ihrer Geschichte oder sogar ihrer Position innerhalb eines Raumes. Als ich die Evangelien untersucht habe, wollte ich herausfinden, ob es verlässliche Aussagen sind, trotz der Unterschiede zwischen ihnen. Ah, und Sie meinen, als gläubiger Christ? Haben Sie das geschafft? Ah, Mr. Cain, Sie haben mich missverstanden. Als ich mit meinen Untersuchungen begonnen habe, war ich strenger Atheist. Ich begann die Untersuchungen der Evangelien als ein bekennender Skeptiker, nicht als ein Gläubiger. Wissen Sie, ich wurde nicht in einem christlichen Zuhause aufgezogen. Ich habe aber eine hohe Wertschätzung für Beweise. Ich wurde kein Christ, weil ich so erzogen wurde oder weil ich hoffte, dass ich dadurch meine Bedürfnisse befriedigen oder ein Ziel erreichen würde. Ich bin Christ, weil alles erwiesenermaßen der Wahrheit entspricht.